acrony toeein board General kork or irJusted wir das kann nun diealdo ges sake seine Position Armand der und wir haben eine Lübe APK er hat im Badenser die über Warum? Ja, ich auch. Heiko Betzel. Heiko, Heiko, Heiko. Oh, raus! Ah, zu spät. Wir saugen das an, Heiko. Oh, alles vermieden hier. Jetzt war ein schöner Tod. Treppe runtergefallen, Tod. Was gibt es jetzt mal endlich? Oh Gott, das gibt es nicht. Hallo? Oh Mann, ist es schon kaputt. Oh! Ei, 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 ei. Ein Massaker hier. Was, was, was? Oh! Auts, auts, auts. Scheiße, das habe ich vor die Knochen gedrückt. Nein! War das eine Pony? Oh Mann, ey! Zu dicht. Und leise hat es hier eingeschließen. Member joined. Ja, schön. Kipps doch nicht! Ach, jetzt haben sie die Scheiße. Bleib am Leben! Bleib in Deckung, bleib am Leben! Ich bin als Scanner, bin ich nicht so toll. Oh, die Sau. Du Verräter. Kipps doch nicht! Hehehe, schön. Bin ich auf zwölf? Bleib locker. Ja! Ich habe Wunder gekriegt. Kipps doch nicht! Kipps doch nicht! Warum pass ich denn da nicht durch? Leck mich doch, ey! Was gibt's doch nicht? Dreht der im letzten Moment ab? Ach, ich fass es nicht! Der Scheißbaum! Scheiße, Mann! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr, oder? Das kann doch nicht wahr sein! Nein! 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 Das glaub ich alles nicht, ey! Das glaub ich alles nicht, ey! Ist der bescheuert, oder was? Das war ja wieder typisch, ey! Zu kurz! Ein Tick zu kurz! Ein Tick zu kurz! Ein Tick zu kurz! Wir sollten vielleicht noch gucken, wenn wir rüber gehen, na? Member joined! Kumpels, was geht ab? Wir zocken die ganze Nacht! Die ganze Nacht! Na ihr Spacken, was geht ab? Der oben da, das da oben da! Was lese ich da? An die Wand mit dem Sünder, damit wir ihn standrächtlich erschießen können! Ich glaube, ich ärgere euch ein bisschen beim Fliegen! Klingt fast wie ein James Bond mit seiner Magnetuhr! Jaaa! Bingo! Hahaha! Gekriegt! Ah, das war ja das mit den Crusaders mit da oben, das sieht schon mal ganz gut aus! Finde ich! Gesprengt! Kleine ab! Kleine ab! Wer sich mir hier auch in den Weg stellt, wird gnadenlos gesprengt! Oh! Ich glaube, Rüdiger ist besoffen! Kiste brennt! Die Kiste brennt! Na sind denn hier noch Susis unterwegs, oder was? Sniper oben auf dem Dach irgendwo! Vorsichtig! Danniii! Sauber, der hat nen Teamkill gemacht! Hahaha! Wer will noch mal, wer hat noch nicht! Die Lady dachte, du bist nun auch die Tee nicht ganz richtig! Hahaha! Member joined! So! Bin ich wieder... Bin ich verrückt, werden dreimal drauf geballert und der ist immer noch nicht kaputt! Alle tot, ha? Oh, Junge! Die sind einfach nur gut! Einen Schuss macht der EINEN Schuss! Gezahlt! Du bist ja nur am verrecken! Du gehst hoch, Junge! Das gibt's nicht, Junge! Ich krieg nichts hin! Junge! Ich platz' ich! Im Laufen! Wie könnt ihr denn einen im Laufen mit einem Schuss wegmachen, ja? Junge, 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 Junge! Landmine mitten in der Prairie hier, das ist nicht zu fassen! Junge, Junge! Geht in der MTW nicht kaputt! Junge, drei Schuss drauf gefeuert auf das Scheißding! Mann, Mann, Mann! Okay! Jetzt reicht's schon mit dem Typ! Ja! Jetzt ist's nicht sauendlich kaputt! Mann, 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 Mann! Ich bin hier nur am Sperrmeer! Pff, pff, pff! Na, alles vorbei! Scheiße! Mache ich auch noch einen Teamkill! Ich dachte, es wäre ein Feind! Ja, es ist wahr! Macht doch keinen Spaß hier! Liebst du mich nicht, ich lieb dich nicht, aha! Aha! Aha, aha, aha! Da, da, da! Hahaha! Hahaha! Die stehen unter Drohung, die Typen da! Hahaha! 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 Die sind alles down! Und ziehen sich dann Battlefield 3! Member joined! Wow! Der fliegt wie ein Henker! Der fliegt wie ein Henker, der Typ! Hahaha! Wie viele Angstzustände! Wieso hat das Ding jetzt die Aufschaltung verloren? Oh! Wo spawn ich ein, ich Arschloch! Oh Gott, no, no! Das gibt's doch gar net! Bin immer der Base, ey! Ausgestiegen und dann geh ich kaputt! Könnt ich kopfen, ey! Das gottverdammte Clubhaus! Da hinten! Jetzt hab ich's geschnallt! Clubhaus! Das hab ich noch nie gewusst, dass das so heißt! Ich hab mir nie auf den Namen geachtet! Die hab ich hochgehen lassen mit ihrem scheiß Panzer! Zwei Mann gesprengt! Hahaha! Die fuddeln ohne Ende! So, jetzt, jetzt, jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Ich hab mein ganz Magazin auf den Typ abgeschossen! Gemeuchelt! Hahaha! Das wird ne harter Kampf hier! Hahaha! Herrgott noch mal! Ich kann net! Ich bin hier mitten im Gemetzel! Jetzt hab ich's noch! Nimm doch, du Sau! Hahaha! Jetzt reicht's mir aber! Herrgott noch mal! Herrgott noch mal! Keine Sau spottet den Panzer, verfluchte Scheiße hier! Junge, jetzt reicht's aber! Hier kotz ich gleich! Jetzt fröh mich an der Kiste auf und da werd ich grad schon wieder abgemorgen! Hahaha! Hahaha! So, jetzt fang ich schon mal an mit dem Rausschmeißen dieser komische... Wie heißt der? Kick jetzt jeden, der mich abknallt! Sieht da auch noch ne Landmine! Ja! Meuchelmörder! Hahaha! 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 Hat er mich auch erwischt! Scheiße, verdammte! Keine Sau, Mutterseele allein steh ich jetzt hier! Nee, 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 du! Ja, das ist doch echt net mehr zu fassen hier! Hahaha! Derjenige, der das war, der wird öffentlich, der wird öffentlich von Crusader-Clan geschmäht! Raus, raus! Raus! Da haben wir ein Tool am laufenden Phasen-Rückkopplungs-Eliminator! Wenn da einer ein Aim-Bot benutzt, dann wird er, gibt's ne Rückkopplung bei dem im Computer, dann brennt der Prozessor! Hahaha! Hahaha! Präzise Headshot! Hahaha! Hahaha! Die hab ich kommen sehn! Das war übel an! Hahaha! Buhuhuhuhu! Jag dem jetzt, dem Drecksack, jetzt die Artillerin! Gib's doch gar nicht hier, Mann! Die Schnauze jetzt voll, ey! Scheiß-Ari! Oh, runter kommen sie immer! Die Frage ist nur wie! Scheiß-Handgranaten! Willst du net endlich aussteigen? Los! Zieh den Schleudersitz! Achso, ich hab schon lang nimmer gelacht hier! Hier, ich hab jetzt kein Bock mehr! Ich spawn jetzt nimmer mehr! Oh! Ah! Oh! Oh! Ich werd verrückt! Das kotzt zum kotzen, ist das! Ah, oder die sind vollgestopft mit Aim-Bots! Das ist mir genau vor der Fresse explodiert das Ding, ey! Ah! Er ist tatsächlich ausgestiegen! Hahaha! Waaah! Was war das dann jetzt? Könnt' ich wahnsinnig werden! Mann! 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 Ihr! Wie viel Schuss brauchst du dann mit dem Schreisgewehr? Gibt's net hier! So! Jetzt! 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 Jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Ich hab mein ganz Magazin auf den Typ abgeschossen! Herrgott! Nochmal! Was ist dann jetzt mit unserem Helipiloten los? Gibt's net hier! Ja! Die gewinnen jeden Kampf! Jeden Kampf gewinnen die! Jetzt reicht's mir aber! Dem hab ich jetzt den Panzer geklaut! Hahaha! Hier, das stinkt mir jetzt! Das stinkt mir jetzt langsam! Ich schmeiß die anderen gleich alle vom Server runter! Oh Mann! Mann! Ne Knochenmühle! Sondern Meuchelmörder! Meuchelmöle! Wieso haben wir die Zimmer nicht gleich Meuchelmöle? Oder Meuchelmöle! Member Joined! Ah, pass auf, Berliner! Ey, du kippst doch gerne, ey! Die kommt zur Moschee! Ey, die dumme Sau schietet, ey! Die verwandelt grad, das Wohnzimmer an der Spielhülle hier! Bruder, machst du halt noch eh mal gestorben Tagesband! Ich glaub, ich zieh mir hier gleich den Wintermangel an, ey! Member Joined! Super! Ja! Toll, ey! Die ganz riecht da die Nanken rum! Ja! Ja! Die Panzerminen, die klappen immer! Der Prima-Mini, der schnickt zu! Sehr toll! Member Joined! Muss schon aufpassen im Straßenverkehr! Das waren zwei Landminen! Man kriegt mal ein kleinste Fahrzeuge aus dem Weg geräumt! Fendi, deinen Sarkasmus kannst du stecken lassen! Chef, das sind taktische Informationen, die kannst du nicht einfach so preisgeben! Member Joined! Ach Mann, die sind doch alle doof hier! Ja, wo denn? Wenigstens ist ein Erfolgserlebnis! Schnauze zeigt die Schnauze voll! Fahr schon gar nicht mehr alleine! Member Left! Und Jeffrey, fertig mit! Nein! Fass! Fass! Fass!